Ja und damit hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu die Gilde Gold Edition. Wir machen weiter und gehen rein mit unserem Wirt, Edelmann. Wirtshausbetrieb, anständiger Becher. Wieso haben wir denn jetzt in dem anständigen Becher so einen schlechten Betrieb? Oh Gott, wir sind gerade dabei zu sterben. Ähm, was? So früh? Warte, warte, warte. Können wir noch irgendwas tun? Äh, Wirtshausbetrieb. Danke. Bischof, Klagermeister, wir hätten uns auf so viel bewerben können. Und das Studium ist noch nicht fertig für unseren einen Sohn. Ja, wir sind gerade dabei zu sterben. Ich kann jetzt hier nichts mehr klicken. Nein! Verflixt. Es ist soweit. Das Tor öffnet sich quietschend. Ihr habt in eurem Leben viel gesehen. Und erblickt nun den Ort eurer letzten Ruhe. Im Traume tretet ihr näher. Die Blumen sind wunderschön. Ihr seid gestorben. Nein! Ihr seid tot, weil dein Nachfolger. Wir nehmen jetzt natürlich Friedhelm Ballersleben. Der ist jung. Der ist wirklich jung. Mit dem können wir sehr lang spielen. Der ist jetzt 14 Jahre jung. Ähm, oh, hat sogar hier schon drei Handwerkskunststerne. Aber mehr ist es leider nicht. Ja. Ich lüpfe in Friedhelms Haut. So ist es. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay! Das heißt, da müssen wir jetzt mal einiges... Darf ich... Kann ich jetzt hier noch alles machen? Ja. Also ich bin Wirt. Perfekt. Und kann hier alles machen. Das ist super. Es kann natürlich sein, dass ich Stufenaufstiege eventuell nicht machen kann, weil ich noch nicht den höheren Rang habe. Äh, das müssen wir dann gucken. Jetzt gehen wir erst mal auf den Marktplatz. Das Problem wird Erbschaftssteuer, die ist richtig hoch Wir werden sehr viel Erbschaftssteuer zahlen müssen, das heißt wir brauchen jetzt echt Geld Sehr viel Geld Ah, jetzt müssen wir das mal ein bisschen langsamer machen Hier bitte Sehr langsam, perfekt Wir haben keine Gegenstände bekommen Wieso haben wir die Gegenstände von unserem Vater nicht bekommen? Können wir uns auf ein Amt bewerben? Spitzle, wir müssen nämlich jetzt wieder von unten Von unten loslegen, ah es gibt auch gar keinen Denunzianten Wird der vorher besetzt? Ja, aber es macht ja so oder so Sinn, dass wir dann schon mal irgendeinen Ring und so haben Deswegen Kaufe ich mir schon mal alles, was ich hier so finde Der Ring fehlt Den Kamm nehmen wir natürlich gerne Wie teuer ist der Stab des Edelmanns aktuell? Ah, er ist ein bisschen über Limit, das muss ich jetzt noch nicht machen Ähm Dann brauchen wir Mal auf jeden Fall ein Gedicht Immer gut dabei zu haben noch Und jetzt können wir auch noch wieder diese Armreife verwenden So Sehr schön Der Kamm hilft ja nicht schon bei den Genau, Stadtdienern und Informanten Das machen wir So, wie gesagt Ich hoffe, dass der Posten halt erst besetzt wird Das Denunzianten Dass dann jemand uns dann Und ich hoffe halt mit jemand, der uns mag Aber das wird schon klappen Okay, okay, okay Jetzt müssen wir schnell mal nach unten gucken In den südlichen Wirtshausbetrieb Hier sind wir richtig Dass die auch anfangen zu arbeiten So Ein Was kann ich tun? Mein Geist Was soll ich tun? Klar, normal Zeiten bitte Danke Oh, Gerst ist billig Gerst ist billig Und jetzt haben wir natürlich schon einen schönen Marktfleck Direkt nebenan Das ist so super Aber apropos Wenn da unten die Gerste so billig ist Müssen wir da natürlich auch mal so gucken Wie wir das Handhaben Ich hoffe, dass ich die Geldleihe auch weiterhin verwenden Also nutzen kann Ohne, dass ich den Den Rang habe Oh ja, wir werden mal ein bisschen Dünnbier verkaufen Das bringt gutes Geld So, Gerste müssen wir mal leer kaufen hier Äh, mein anderer Karren ist glaube ich hier aktuell Bringen wir wieder einen Schädelbrand Das zweimal Starkbier können wir verkaufen Auch hier noch ein bisschen Dünnbier weg Oh, Beschläge Beschläge und Gerste sind super günstig Das müssen wir einmal schnell machen So, hier bitte Sehr viel Gerste billig kaufen So Ich gehe mal davon aus Der, ja ne Der Weingeist ist sehr teuer Dann kommen wir hier gleich wieder zurück Gehen schnell hier hoch Bevor die Sachen weg sind Vor allem wenn so Beschläge so billig sind Dann müssen wir da Einfach schnell zugreifen Und zwar in Höchstmaße Perfekt Haben wir gemacht Und auch die Gerste bitte im Höchstmaße einfach einkaufen Sehr schön Gebäude wurde aufgewertet Genau, könnte ich denn jetzt hier unten das Gebäude aufwerten? Das ist eine wichtige Frage Ähm, ja würde sogar gehen Scheinbar Welchen Rang habe ich denn? Äh, unsere Berufe Ach, ich bin sogar 6. Meistergrad Patron Und 4. Meistergrad Finanzier Warte mal, aber übernehme ich denn die Berufe Übernehme ich die Berufe meines Vaters Okay, das ist grundsätzlich schon mal spannend Ähm Kein Ring leider Auch kein G-Stock Oh Da müssen wir einen Nachfolger annennen Ah, perfekt Da ist der Silberring Edler Gast, lasst euch Zeit Ja, schaut euch um Ich biete nur beste Qualität Ja, das glaube ich So, wo ist jetzt der verstorben? Hier glaube ich nicht Oh, wie günstig jetzt Gast ist Preis fällt hier Unfassbar, wie der hier fällt gerade Wir müssen jetzt mal wieder hier Starkbier produzieren Das andere lohnt sich einfach gerade nicht Äh, hier Gibt es Arbeit? Ja, Ralf, bitte mal weitermachen mit Starkbier Gerne Sehr schön Gerne, höre ich gern Dünnbier müsste auch mal wieder produziert werden Warte mal, 2 machen das Ah, ne, hier fehlt tatsächlich jemand Aber ich sehe doch Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen Ich sehe doch 4 Personen Ne, ich sehe nur 3 Ah Mein Fehler Natalia wird befördert Mehr können wir ja nicht einstellen Äh, wir brauchen Ja, wir müssen leider wieder Weingeist mit dem Neuen produzieren Ich würde halt gerne auch ein bisschen Dünnbier Machen Arbeiter stirbt Zwei Arbeiter sind gestorben Ein neuer Arbeiter kommt zu euch Okay Elsa Äh Eiskönigin ist bei uns gelandet Warte mal, wohl Wie viel kostet denn das? Er hat auch 3 Weingeist Wir brauchen Weingeist einfach Wir müssen Weingeist jetzt produzieren Können wir auch nicht einkaufen In Ordnung Einer eurer Untergebenen Hat sich bei seiner Arbeit verletzt So, irgendwo anders Wahrscheinlich dann im oberen rechten Schankbetrieb Haben wir dann auch ein Problem Na, einmal bitte rein Ne, da haben wir doch Da haben wir 3 Leute Wer ist denn jetzt noch gestorben? Bin verwirrt Ich weiß es nicht genau Aber wir produzieren jetzt hier Sehr viel Auch hier bräuchte ich wieder sehr viel Gerste Gut zu wissen, dass die Lager hier wieder leer sind Verkaufen wir das Kaufen ein bisschen Gerste ein Kaufen noch mehr Gerste ein Mit unserem Pferdekarren, bitte Da können wir auch gleich wieder einen Schädelbrand verkaufen Und noch mehr Beschläge Die sind ja noch billiger geworden Beschläge und Gerste, bitte noch So, neue Arbeiter Jemand hat sich schwer verletzt Haarkomfort Hier können wir erstmal keine Erweiterungen mehr machen Hä, warte mal Ist jetzt hier gerade schon wieder Einer der neuen Arbeiter gestorben? Ne Die laufen nun mal wieder exakt gleich Ähm Genau, das kostet ja dann Weingeist Ach, die ist so verletzt Dass ich nicht weiterarbeiten kann Oh Mann Das ist schwach So, Gerste habe ich leider keinen Platz mehr Und dann bleiben die erstmal dort Äh, hier wollte ich noch reingehen Hier noch ein paar Einzeltische Perfekt Erweitern wir es gleich Ja, komm Wir erweitern es direkt Dass wir hier mal vorwärts kommen So, jetzt müssen wir hier Dringend Die Oh nein, es sind keine Beschläge mehr da Aber es gibt noch ganz viel Gerste zu kaufen Sehr schön Dass sie keine Beschläge haben Ist das echt mies So, der Edelmannsstab ist immer noch zu teuer Dass ich ihn jetzt nicht kaufen möchte Ich habe eine Kette Ah, jetzt ist er billiger geworden gerade, oder? Ein bisschen Ja, komm, dann kaufe ich ihn jetzt Dann gönnen wir uns den auch noch Jetzt habe ich eh zu viele Sachen Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen Den G-Stock kann ich mir zum Beispiel erstmal nicht mehr leisten Aber das ist ja alles nicht so schlimm Ähm, richtig Ich wollte noch hier in mein Haus schauen Einmal kurz ins Arbeitszimmer Neuer Meistergrad geht in Vier Jahren Aber für was der neue Meistergrad? Oh ja, Verhandlungsgeschick müssen wir erstmal, glaube ich, verbessern Weil Handwerkskunst sind wir mit drei Sternen ganz in Ordnung Aber Verhandlungsgeschick muss Gesteigert werden So viel steht fest Okay, der Rest kann jetzt auch mal auf langsam laufen Handwerkshaus der Schmiede Können wir auch mal reinschauen Habe ich euch so auch noch nicht gezeigt Gibt es aber, glaube ich, nicht allzu viel Spannendes Wir können hier ins Sekretariat Ein Handwerkshaus der Würze wäre mal was Ich glaube, hier können wir wirklich gar nichts machen Sitzungssaal Immerhin bekommen wir hier freundlicherweise eine Führung Ah ja, die Gildenkasse auf Null Okay Verstehe Manchmal braucht er echt lange, bis er da fertig ist Ich habe mir auch irgendwie noch nicht so die Namen unserer Äh, Sachen Wirklich gut Einbehalten können So, jetzt ist das Lager wieder mit Gerste randvoll Nichts, was hier produziert wird, bringt gerade irgendwie Geld ein Aber wir haben so viel Weingeist Dass ich jetzt hier mal wieder die Produktion ändern kann Und dann produzieren wir Doppelt so viel Dünnbier, würde ich einfach mal sagen Vor allem, weil das jetzt Gerste kostet Und dann brauchen wir erstmal keinen Rocken Das ist exzellent So Den hier repariere ich direkt Sehr schön Das Fahnenbräu kostet Zwei Gerste, zwei Rocken, ein Holzzapfen Aber auch Holzzapfen haben wir noch genug Auch das passt So, den Rest nehmen wir einfach mal wieder mit Vielleicht gibt es jetzt ein paar Beschläge Für uns So viel zu Ja, ich werde halt ins Minus kommen Das ist ein bisschen kritisch Wegen der Erbschaftssteuer Apropos Wann wollen wir eine Frau Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen Wie alt ist unser Vater geworden? Müssen wir mal überlegen 85 geboren Der ist genau 50 geworden, richtig? 95 5 Ne, der ist nur Warte mal, ist der nur 40 Jahre alt geworden? Ich hab mich grad verrechnet Der ist nur 40 Jahre alt geworden, unser Vater Wie bitter ist das denn? Wie früh ist der bitte gestorben? Ich denke mal nicht, dass wir jetzt mit 14 schon eine Frau Wobei doch Eventuell müssen wir eine Frau suchen Wo es lange dauert, sie zu finden Haha Das war natürlich eine reiche Dame Hier haben wir zum Beispiel eine Die uns echt mag Eine Silberschmiede In 195.000 Hört sich alles 195.000 hört sich echt an 194.000 Aber Das ist jetzt Die andere mag uns halt Ja Dann nehmen wir doch Gerlinde Kupferberg Fechtmeisterin Wie alt ist die Dame? Hat die es halt 36? Das ist gar nicht so schlimm, wenn die 36 ist Ja Ich bin natürlich schrecklich verliebt So Hier haben wir uns um die Einzeltische noch gekümmert Das war's dann auch erstmal Was ist denn jetzt mit unserer verletzten Person Eigentlich Was soll ich tun? Wir müssen auf jeden Fall erstmal Dünnbier produzieren Als nächstes Auch wenn nur die eine Die Ursula ist hoffentlich bald wieder gesund Wie konnte die so schnell sich verletzen? Ich hab doch jetzt auch schon Erweiterungen gemacht Aber ja Unser Angestelltenschutz ist noch nicht der Beste Ich weiß So Jetzt machst du bitte noch ein bisschen Dünnbier Oh Rocken ist billig Leute Jetzt wird der Rocken der Stadt aufgekauft Bitte Ich bin ja auch hier Das heißt wir brauchen schnell einmal den kompletten Rocken leer gekauft Rocken noch Ja komm Holen wir uns noch die Gerste den Rest Ich hoffe es noch auf Beschläge Jawohl Sechs Stück gibt's billig Mehr oder weniger billig Jetzt sind die Preise leider wieder gestiegen Aber Passt schon Oh jetzt hab ich kein Geld mehr Jetzt muss ich dringend nochmal was verkaufen Sonst äh Kriegen wir Probleme mit der Abschaffungssteuer Ah Shadow Prank bringt nicht mehr so viel Geld Starkbier dafür schon Das ist gut Dann verkaufe ich das Starkbier gleich So ich warte gerade nur auf den Karren Na die Gerste werde ich nicht ausladen können Das ist ein bisschen blöd Weingeist ist super teuer auch Also Rocken raus damit Beschläge raus damit Die Gerste so viel wie geht Na Starkbier bitte Ihr habt soeben ein neues Gebäude errichtet Ach haben wir das andere Wirtshaus so schnell in der Nähe gebaut gehabt Das hab ich natürlich ein Geldproblem Ich mein ich könnte mir jetzt ein bisschen Geld aus meiner Bank holen Aber das will ich immer so ungern machen Das war irgendwo War das hier oben Ne nicht so weit oben Hier Hier ist es aber Ja haben wir uns jetzt erstmal Haben wir jetzt erstmal kein Geld Äh Ein bisschen Geld verdiene ich jetzt wieder Dafür muss ich auf jeden Fall noch Rocken kaufen Wenn der mal so günstig ist Müssen wir hier wirklich Rocken 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 Und noch ein paar Beschläge Komm So Okay Beut ist fertig Genau Lohnt sich halt jetzt noch nicht da Arbeiter einzustellen Verdammt ich krieg noch nicht so den Blick zur Schenk Ich muss so links Schräg hoch gehen Schon wieder so spät Ich mach hier trotzdem jetzt schon mal die Erweiterungen Die sind nicht ganz so teuer Die können wir schon mal starten Ja Zeit nach Hause zu gehen Na gut Äh Okay Was haben wir denn jetzt hier Die Zinseinnahmen helfen uns ein bisschen Erbschaftssteuer 11% Minus 8484 Meine Güte Damit sind wir jetzt extrem in den Miesen Die Frage ist Werden unsere Gegenstände jetzt einfach gepfändet Erstmal kommt die Wahl Erstmal kommt die Wahl Jetzt müssen wir wieder von ganz unten anfangen Unser Vater hat uns berichtet Dass er bis zur Landesebene kam Aber nicht weiter Oh die lieben uns alle Die lieben uns alle Also es ist völlig egal wer es wird Ja Daniel Schnuck Der Spitzel Und der wird uns jetzt wählen Bin ich ziemlich sicher Sind sehr beliebt Unter den städtischen Informanten Ist ein Amt neu zu besetzen Und sogar ein Freiherr unter den Leuten Jawoll Dankeschön Daniel Schnuck Gute Arbeit Aber vielleicht muss ich dich leider absetzen Tut mir leid Könnte sein Weil ich muss natürlich jetzt einen schnellen politischen Aufstieg machen Übrigens Ich bin jetzt gerade mit 14 Jahren In das erste politische Amt gewählt worden Möchte ich mal so erwähnt haben Der Böhmische Krieg tobt durch die südlichen und östlichen Lande des Heiligen Römischen Reichs Oh je Wer das interessiert hier Kann das natürlich genauer durchlesen Okay wir legen los Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet Zwangspfändungen Waren und Rohstoffe im Wert von 4600 Das ist natürlich immer ungünstig Ah der wird so aus Prinzip Hat nicht viel gebracht Ah wir können direkt einfach Stadtschreiber werden Eine Erweiterung in einem Eurer Gebäude wurde hinzugefügt Ich hätte dann doch das Geld aus der Bank nehmen sollen Das war jetzt nicht so schlau Eine Erweiterung in einem Eurer Gebäude Von meiner Seite Alles erstmal Ui Okay wir haben Erbschaft Oh man das hätte auch eine Erbschaft Gewandschneiderei 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 Bürgerhaus Wow Meine Mutter Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf Ich will die Lagerhalle nicht kaufen Das Bürgerhaus Nein Nein Das will ich alles nicht Okay jetzt haben wir immerhin Geld Erstmal Und wir haben noch ganz viele Gewandschneiderei Ich mach mal ganz langsam hier Ähm Jetzt wird es nämlich kompliziert Jetzt beginnt es ein bisschen kompliziert zu werden So Oh es ist der Preis hier aber gefallen Meine Güte Erstmal was reparieren bitte Aber jetzt haben wir schönes Geld Das ist ausgezeichnet Wobei muss ich jetzt nicht nochmal Erbschaftsteuer dann dazu Zahlen Das ist nicht zu unterschätzen Jetzt glaube ich tatsächlich Äh Oh hier ist leider dann der Roggen Zu wenig gekommen Ja Noch drei Jahre müssen wir warten bis unsere Ehefrau Bis wir da eine Werbung haben So hier Können wir nochmal Gerste kaufen Hoffen ist leider wieder super teuer geworden Ist abgeschlossen Sehr traurig So hier machen wir es jetzt mal unkompliziert Und machen immer nur Die Erweiterung mache ich ja hier gerade Na genau Perfekt So produziert jetzt Die Ursula produziert ja gar nichts Was soll denn das Mach mal ein bisschen Weingeist Dankeschön Okay Hier ist unser Transport noch wichtig Kein Platz mehr für Gerste So Das Starkbier muss aufgehört werden Zu produzieren bitte Gibt es Arbeit? Ja Alles andere macht mehr Sinn aktuell Ich würde sagen wir produzieren einfach wieder Das Fahnenbräu Produziert sicher woanders Bin schon unterwegs Uch Drei Stück produzieren jetzt das Äh Schädel Den Schädelbrand Wobei wer ist denn die Neue? Die Elsa ist neu Ja da muss noch jemand Den Weingeist wahrscheinlich produzieren Oh wir haben auch keine Oh stopp stop 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 Wir brauchen dringend hier wieder die klassischen Nahrungsdinge Die wurden wohl alle gepfändet Körner Mahlzeiten und Gott Klasse endlich wieder Das erklärt wieso auch nicht so viele da Unterwegs waren Körner Mahlzeiten Dünnbier muss produziert werden Dankeschön Warenpreise sinken Gürtel Metaphysik und Rapiere Das interessiert uns nicht Äh Joa Haben wir jetzt nichts zum Verkaufen aktuell Dann gehen wir mal schnell noch ins neue Wirtshaus als nächstes Aber wieso geht die Es geht die Zeit so schnell Ich bin auch super langsam eigentlich Aber okay Muss beim anderen auch noch ein paar Sachen anbauen glaube ich So ein bisschen Einbruchsschutz Soja wir können es gleich um eine Gebäudestufe auch aufwerten lassen So spieltische gerne Silbergeschirr gerne Einzeltische gerne Jetzt gehen wir mal hier rein Halt weg damit Hat er das? So mal schauen ob ich noch alle Betriebe hier selbst unter Kontrolle bekomme Okay neue Leute kommen Habe ich nicht ne Ne ich brauche einen neuen Karren auch hier Äh Ich bin gerade am überlegen Theoretisch reicht ja der Zweiteilige Karren hier sogar Ein neuer Arbeiter kommt zu euch Okay dann gehen wir mal direkt zum Markt Kaufen uns die Gegenstände Die Sachen die wir brauchen Äh Kapazitäten werden bitte direkt erhöht Danke Genau weil die Arbeiter können natürlich jetzt noch nicht mit ihrer Arbeit beginnen Wenn ich nichts gekauft habe So mal schauen wie die Ein neuer Arbeiter kommt zu euch Den muss ich auch renovieren tatsächlich mal Das wird sehr teuer werden Das machen wir jetzt einfach mal Äh sonst gibt es da noch irgendwann Probleme So danke für die Informationen Äh ja mir fehlt Rocken in dem anderen Betrieb richtig Den muss ich jetzt leider sehr teuer kaufen So dann gehen wir mal hier hin So Gäste Und Rocken Beginnt mit der Produktion ihr beiden bitte Ich will endlich Pause machen Ihr habt bis jetzt Pause gemacht Ihr steht hier nur rum Ich will jetzt Pause machen Ich glaub der spinnt ein bisschen Achso ja und Gebäude wollte ich auch direkt aufwerten So Was ist denn? 5000 Überraschend günstig Äh wie sieht's hier oben aus Ist noch nicht aufgewertet Ah ich seh auch immer was mir zum Verkauf angeboten wird Wo sind der große Pferdekarren? Ist der aktuell hier? Also Könne ich jetzt mal die Gerste hier wegbekommen? Ja perfekt Ja und der Rest bringt aktuell eh kein Geld Deswegen alles gut Nö brauche ich alles erstmal nicht mehr Wie läuft's denn jetzt hier unten? Da kann ich auch erstmal nichts mehr erweitern Das passt soweit Ihr produziert hier Jetzt auch Dünnbier und Körner Mahlzeiten Sehr schön Wie es sich ordentlich gehört Gestern haben wir jetzt ein bisschen sehr viel Aber dafür jetzt noch ein bisschen Rocken gekauft Können wir's mal so lassen Hier oben So jetzt muss ich mal in Ruhe schauen Wo sind meine restlichen Betriebe Gewandschneiderei Das ist die erste Viel Wir haben einfach mal jetzt vier Gewandschneidereien und vier Wirtshäuser Leute Das ist der totale Wahnsinn Ich hab noch nie eine Gewandschneiderei glaube ich Mich richtig drum gekümmert Von Anfang an Wird denn das automatisch hier gemacht Also ist da ein Meister eingestellt Oder arbeiten die jetzt einfach nichts Schauen wir mal ins Personalbuch Ja da ist ein Meister eingestellt Jetzt haben wir mal ein bisschen mehr 18 Gesellenjahre Okay Wo ist der Meisterbrief Dass ich dem sagen kann was er macht Weil ich hab keine Ahnung davon Das kann ich auch nicht noch machen Äh Er hält besser die Klappe Darf kein Personal einstellen Das ist richtig Keine Karren kaufen Keine Erweiterungen vornehmen Hubrechtsbudget Ja da machen wir mal ein bisschen weniger Fünf Fünf Ja Machen wir mal 4000 Ah ja minimales Verkaufspreisniveau Da machen wir mal ein bisschen Nicht so Machen wir mal Oh ja so 120 finde ich gut Gerade ist eines eurer Gebäude Um eine Stufe aufgewertet worden Perfekt So Aber den Rest darf er jetzt doch hoffentlich machen Herstellung An einem eurer Gebäude Ist fertiggestellt Wir werden natürlich mal hier sagen Die zwei Sachen wollen wir ein bisschen stärker haben Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt So Produzieren die jetzt hier automatisch Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt Produzieren gerade Socken ohne Ende Wieso? Braucht man Socken für Also Nee Okay bitte keine Socken mehr produzieren Das muss ich wohl auch nochmal hier sagen Was soll denn diese Sockenproduktion? So was macht ihr alle hier schönes? Ist das schon Das schon Nee Da fehlt ein Spiegel Auswirkung plus eins Pläuschchen halten Weiß zwar nicht was es bringt Aber Machen wir mal ein Spiegel hier Wo sehe ich denn jetzt hier die Produktionsmöglichkeit? Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt Irgendwie sehe ich nicht wo ich Achso wahrscheinlich weil ich keinen Meister Weil ich den Meister gerade nicht habe Kann ich das nicht genau sehen Okay verstehe Es werden immer noch Socken produziert Das wird irgendwie nicht umgesetzt Aber okay Die werden schon hier irgendwie Es gibt doch nur eine Stube ne Einen Raum Gehen wir mal wieder raus Na komm So Höchste Stufe Anbauen Alles angebaut Das ist ein guter Einbruchsschutz Vielleicht sollten wir mal irgendwas davon Verkaufen Weil was Ganz im Ernst Was kann ich jetzt mit diesen ganzen Gewandschneidereien anfangen? Keine Ahnung ob die nach Also ob die Gewinn abwerfen Ob die gut laufen Verkaufen die auch die Sachen automatisch? Also ich bin nicht sicher wie das läuft Kümmern die sich da drum? Wenn da jetzt ein Meister Achso halt ich muss wahrscheinlich hier den Meister wieder sagen Aber Hauptsache da ist ein Meister eingestellt Der darf dann immer nur die Klappe halten oder was? Das ist doch Höchst fragwürdig Huch das wollte ich nicht Haa verflixt Die Socken wollte ich doch auf 0 Na Okay allgemein Darf sich in den Betrieb einmischen Budget wird natürlich auch hier runter Gezurrt auf 4000 Und auch hier würde ich gern für 120 verkaufen Er soll mal keine Karren kaufen Aber ich hoffe dass er die Karren verschicken kann Fürs Erste Äh wie kann ich eigentlich Ah hier ist nicht alles vorhanden Ein Regal Das ist alles Pläuschchen halten Produktivitätsboni Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen Okay Ich meine das hier ist noch relativ schön nah auch am Markt Aber hier wir können mal Ich würde schauen ob wir das nicht alles verkaufen können tatsächlich Verkaufen Äh machen wir mal Versuchen wir es mal mit so Erstmal für ein bisschen mehr Also für 30.000 In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten Ja 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 Das glaube ich gerne Äh fertig erweitert Ah das ist super Äh erstmal fehlen hier noch die Zutaten Der langersehnte Rocken ist da Und wir können das Fahnenpräupilzner verkaufen Das wird uns auch zusätzlich gute Einnahmen bringen So Dann können wir natürlich hier nochmal schöne Erweiterungen machen Destillerieanlage bitte Und vor allem wichtig Wir müssen jetzt jetzt sozusagen Hier den Rest noch machen Dass wir dann auch den Stammtisch bekommen Der bringt nämlich sehr gutes Geld Wenn der läuft So Okay Hier unten Das wird auch ausgebaut Aktuell kann ich nichts erweitern Genau Rocken ist gerade unten fastbar hoch Aber ja Ich glaube All Kostet nicht alles hier was man produziert Rocken Rocken Ne Dünnbier Kostet aktuell kein Rocken Okay Ja okay das läuft hier noch So unten waren alles Erweiterungen So Das läuft Noch eine Gewandschneiderei irgendwo Alchemistenstube Hier ist noch eine Die haben natürlich beide eine Nähe zum Marktplatz Wo ist denn noch die andere Gewandschneiderei Die wird doch hier irgendwo noch sein Das Haus Hä Wo sind die noch Die hab ich ja zur Zum Verkauf gemacht Genau Wo ist die andere Gewandschneiderei Vor allem schon alle auf dem höchsten Level Ah hier Die würde ich gerne verkaufen Da machen wir auch ruhig für 28.000 Mal Aber ich kann nur dann Machen wir 28.000 Machen wir 27.000 sogar Ich will das Ding weg haben Hauptsache es bringt uns ein bisschen Geld Ja toll Es fehlt uns für warme Socken Geld Aber Ihr sollt ja auch keine warmen Socken produzieren Jetzt produzieren die gar nichts mehr Irgendwie klappt das nicht mit dem Meister Darf sich in den Betrieb einmischen Vielleicht soll er auch Personal einstellen dürfen Und Karren kaufen Vielleicht läuft es dann besser So Also nutzt er Ja ja jetzt Er nutzt jetzt auf jeden Fall den Karren Das ist schon mal gut So Apropos ich wollte natürlich auch irgendwann eine Villa bauen Oh 36.000 Verdammtes Geld hatten wir eigentlich Ja Frage Wir müssen mal hier hin Wir können das Geld natürlich auch verleihen Aber so eine Villa Wir sollten uns noch den Platz für eine Villa sichern Auf jeden Fall So Fadenpilzen Da lohnt es sich auch mal wieder Zu produzieren Wie viel haben wir denn jetzt hier produziert 12,6 Das geht halt noch mehr Ähm Aber ist nicht so schlimm Was kann ich tun? Ja komm Die 12 müssen erstmal reichen Ah nein Das ist ja Arbeitsschluss Kann ich noch sagen Nee kann ich nicht mehr sagen Oder? Doch Ha Konnte ich sogar noch sagen Äh ich wollte aber hier doch das verkaufen Fahnenbräu bringt uns sehr viel Geld Ah rocken Hervorragend Ist günstig Schenken wir wieder hoch Ja gut Gedanken verloren legt ihr ein Stück Gold neben ein Kreuz Fürchtet euch nicht Denn der Herr entzahnte mich zu euch als seine schützende Hand Okay Gut Ah verdammt Ich brauche immer noch 3000 Geld Wegen der Villa Jetzt machen wir es einfach so Dass ich meine Freigabe hier reduziere Tatsächlich Ich möchte jetzt nämlich schon diesen Bauauftrag Weil es dauert 6 Jahre bis diese Villa gebaut wird Und Eine Villa ist halt schon eine schöne Sache So Wo kann ich jetzt hier eine Villa noch bauen bitte Da oben Wären Plätze frei Gibt es hier in der Nähe irgendwas noch so Ah ja da unten theoretisch Ja komm Machen wir es da unten Ich meine Villa braucht keinen Keinen nahen Punkt zu einem Marktplatz oder so Baum wir eine Villa Jawoll Stammtisch bringt Wieder gutes Geld Äh Achso Habe ich jetzt wieder das Problem mit der Erbschaftsteuer Das habe ich natürlich mal wieder vergessen Dann werde ich dann doch das Geld aus der Geldleihe einmal nehmen wieder Einmal komplett bitte Ja Ich muss dann wieder irgendwann mal was reintun Das habe ich jetzt nämlich vergessen Dass wir das auch noch machen müssen Okay Freunde Jetzt beim nächsten Mal gibt es hier die Wahl Das sollte alles gut laufen Weil ich denke dann war es das erstmal wieder mit der Folge So langsam Genau Können noch ein bisschen Roggen kaufen vielleicht Ja gut Aber ich muss sagen die Details machen wir dann beim nächsten Mal Okay Liebe Freunde Das war's Ich hoffe euch hat es gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Schaut gerne in die Gilde 3 Videos rein Und wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Bis zum nächsten Mal Alles Gute Euer Gaius Julius Cäsar Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal qué über Da